ja haus leute und herzlich willkommen bei einer neuen aufnahme let's play minecraft wie ihr seht sind wir hier in unserem verwirrenden tunnel system hier geht es lang ich baue erstmal die Dias ab die wir in der letzten Folge gefunden haben sechs stück sogar hoho hoho schöne Diamanten ich glaube meine Maus lahmt ein bisschen das nervt mich etwas so ja so endlich ist das neue internet da das heißt ich werde bald auch mal mit facecam aufnehmen und ja ich hätte jetzt auch schon mit facecam aufgenommen aber ich habe sie nicht gefunden wie tief wollten wir da immer reinkommen waren es immer dreimal oder viermal fünf so hallo sind die Diamanten oh mein Gott nein schon wieder geil so Leute das reicht aber mit den Dias die werde ich hier noch abbauen und dann gehen wir weiter ich glaube dann brenne ich noch eben das ganze zeug nice man jetzt haben wir 15 Dias okay das reicht mir das reicht uns vorerst hochstellen 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 wollen wir hier hochstellen 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 und erde so flint auch mal hier haben wir da oben noch was in den Öfen ich weiß es nicht mehr Schwierigkeit ist auf normal okay ist gut hallo 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 die Knochen werde ich hier denke ich mitnehmen den Spawner behalte ich im Auge so na ich will mal weiter nach oben gehen und dann wieder in irgendeine Richtung rennen das Diafarm das kann ich mal so irgendwann machen jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Action hier die Farm die haben wir uns ja gesaved mit einem Screenshot den wir da oben gemacht haben von den Koordinaten ähm ja was mache ich dann solange gehe ich dann noch mal weiter ähm haben solange das Zeug hier brutzelt so schöne Musik hört sich an wie von Skyrim oder so der Elder Scrolls was ich auch sehr gesuchtet habe beides unter Elder Scrolls Online und Skyrim ich glaube das waren mehr wie 300 Spieltage oder so die ich da hatte das war echt krass hallo nein hier haben wir schon mal die aufgefunden ähm sind auch schon Level 32 ich denke da mache ich auch bald einen Verzauberungstisch erstmal die Kuppeln weiter bauen oder Leute ich glaube ich mache was anderes wir brauchen ja für die Kuppel sowieso so viel ähm so viel wie nennt man Steinziegel da werde ich eine Folge noch ähm durchfahren dann mache ich da gleich ganz viele Öfen hin fahren dann solange noch ein paar Dias in der Folge jetzt weil das brauchen wir ja sowieso das Zeug denn da 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 ja wie gesagt ich hatte jetzt eigentlich schon mit Facecam aufgenommen aber ich finde sie leider nicht ich weiß auch nicht wo die hin gekommen ist zack 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 oh Kohle ich komme hier Steiner 1,2,3,4,5,6,7 ich nehme mal so viel mit für ein Stack so 1 Stack braucht man glaube ich 8 Kohle ich glaube das war so ich weiß es nicht mehr so genau ne natürlich weiß ich das natürlich man braucht 8 Kohle für ein Stack ja so Gott ob ich so doof oh Höhlennusik propk Lalalalalala jetzt 2 dadadadadadadadadada so ich hoffe wir finden dann noch irgendwas jetzt in der kurzen Zeit so lange das Zeug Oh, ich muss gucken, dass ich dann Platz im Inventar habe. Oh, nicht die Dose Erde. Verschwinde! Verschwinde! Wir haben auch schon lange keine Dias mehr gefunden. Es wird mal wieder Zeit. Kohle nehme ich mit. Brauche ich jetzt für die Öfen. Zeig. Oh, nee. Ich habe angefangen, Kohle abzubauen. Der schlimmste Fehler. Dann kann ich nicht mehr damit aufhören, aber die Kohle hört dann nicht auf. Hallo! Bitte! Endlich! Zack! Licht anmachen. So. Geht hier mal weiter. Geduld hat er immer noch. Schon wieder Kohle. Na ja, das ist aber gut. Da können wir mehr Zeug brennen. Nach der Kohleader und nach dem Ding werde ich dann auch noch mehr Zeug in die Öfen machen. Das Flieg ist ein bisschen laut, ich weiß nicht, ob es zu laut ist, ich mach es immer ein bisschen leiser. Ja, Kohle! Oh! Oh, falscher Stein. So. Meine Maus lahmt irgendwie ein bisschen, oder es liegt an meinem Mauspad. Dann wollte ich bald mal mit Livestreams anfangen. Wo kommst du denn her? Hallo. Ähm, ja, aber es wird noch so eine Woche dauern, oder zwei, denn ich werde jetzt erstmal noch an diesem, oder ab diesem Wochenende die restlichen Slaughter Wars Folgen hochladen. Dann, ähm, Superflach wird wieder gestartet, da habe ich auch schon ein paar Folgen aufgenommen. Da werde ich auch anfangen, die hochzuladen und dann, wenn das so wieder ein bisschen flüssiger läuft, geht es dann mit Livestream weiter. Und in den Livestreams werde ich dann eben mal Master Builders oder Speed Builders, dann mal Sky Wars, Get Down oder Jump Down, das spiele ich dann noch oft, Mario Party, Smash. Bad Wars macht mir im Moment viel Spaß mit einem Kumpel dann, oder zwei, das weiß ich noch nicht, wie die eben Zeit haben. vielleicht auch mal in Survival einen Stream, ähm, was denn noch, keine Ahnung, es gibt bestimmt noch viel mehr, das ich jetzt nicht aufgezählt habe, weil ich es einfach vergessen habe. so, denn ich spiele sehr viele Minigames in Minecraft, aber auch so sehr viel Survival und so ETC. So. Ah, sind nur Fackeln, ich dachte gerade her, sind da hinten auch schon Wege reingegraben. So. Oh, die schöne Musik. So, die Folge ist dann auch schon gleich vorbei, in 5 Minuten, danach werde ich das Zeug aus den Öfen nehmen, werde die Steinziegel machen und dann werde ich mein Inventar mal voll machen. Dann geht's los. Ah, Laris. Nice. Kann man auch immer gebrauchen, zum Verzaubern. Ich weiß immer noch nicht, wann die neue Minecraft Version rauskommt, das will mich mal echt interessieren. Oh, dann starte ich die Musik wieder, plötzlich. Da, 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 da. Ähm, dann, ne, den Tunnel grab ich da noch fertig, und dann gehe ich mal nach vorne. nachschauen wie es so aussieht vielleicht werde ich dann noch ein paar minuten gänge graben in der nächsten folge wenn nicht alles fertig ist aber was sehe ich ja jetzt nach diesem gang hier mehr kohle brauchen wir nach der kohle gehe ich davon vielleicht ist ja jetzt schon vieles gebrannt dann kann ich jetzt auch schon mein inventar ein bisschen füllen wenn ihr auch ein paar musik vorschläge hättet wäre ich euch sehr verbunden denn ja mir fallen jetzt nur diese paar stunden gaming musik dinge ein da habe ich bis jetzt nur zwei gute gefunden wenn ihr ein paar guter könnt ihr mir sie gerne schicken und ich werde sie dann benutzen ich werde hier irgendwo spinnen aber wo sind die kann ich mache mein inventar jetzt fertig aus redstone mache ich mir die glöcke und und sonst wird das zu viel er sonst nehmen die zu viel platz weg die redstone ärzte man ja das letzte mal gesehen da hatte ich auch acht stecks oder oder neun weiß ich gar nicht mehr und ja das reicht genau weiß und das brauchen wir noch die bürgen die spitzhäcke die gold goldene äpfel die spitzhäcke bett einen wasser eimer Das Brot nehmen wir mit, die Sticks nehmen wir mit, ne vielleicht mach ich die Sticks raus. So, da oben geh ich jetzt mal die Knochen holen, dann zieh ich die Folge 1-2 Minuten länger jetzt, damit wir alles fertig haben und direkt abhauen können. Hier die Knochen, ist hier ein Mob drin oder was? Hier bestimmt, na mir egal. Es in! So, dann werde ich auch einen Gang nach oben graben, eine Treppe, nur eine Einser. Und hier auch noch Sticks, ah ne das sind die von eben, ups, das nehmen wir mit. Eine Spitzhacke noch, wo ist denn die Spinne? Egal. Bestimmt hier an einem Gang, wo ich die ausgefunden habe. Wo der Gang ein bisschen breiter ist, die Namensschilder nehme ich mit. Stein ist fast fertig. Level 33. Wo bist du? Du doofe Spinne! Die ist bestimmt hier irgendwo über mir oder so. Ähm. Haben schon schneller. Da oben die dauern noch ewig, da mach ich schon mal die Kohle raus. Da nehm ich nicht alle mit. So. Wie viel Platz haben wir denn noch? 1, 2, 4, für 6 Sticks. 1, 2, 3, 4, für 6 Sticks. 1, 2, 3. Ah, muss ich ja gar nicht an den Crafting Table dafür eigentlich. Zack. Und zack. Aber wir gehen trotzdem mal hin. Hier haben wir noch 2 Sticks. So. Das war's. Oh. Ja, 6 Sticks reichen auf jeden Fall. Wo ich jetzt die neue Spitz hacke. Wird mein Inventar nicht voll gemüllt. Wir gehen hier hoch und dann ist die Folge vorbei. So. Adieu. Und ja. Adieu kleine Mine und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Ähm. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. hur Office der 40-ーateatht. Wie Voice eine neue conceive. Untertitelung des ZDF, 2020